Angriff! Aber ich muss zurück an die Front. Ganz besonders heute Abend. Sie sehen ihn nur einen Abend. Was bringt Ihnen das? Unsere Minuten sind länger als Ihre. Da vorne spielt sich was Merk für den Gesamten. Gibt mir eine Flasche Champagner und meinen Becher. Was nennt man Hochverrat? Schande wie böse. Unbegreiflich sich an solchen Handlungen mit dem Feind zu beteiligen, der einen Teil unseres Landes besetzt hat? Was weiß das Land davon, was wir hier erleiden? Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Untertitelung des ZDF, 2020